Liebe Zuschauer, wie wir heute ja bereits berichtet haben, gab es eine schwerwiegende Havarie an einer Fernwarmeleitung in Jena-Nord. Davon sind etwa 6.500 Haushalte betroffen. Der Krisenstab der Stadt Jena informiert auf der Webseite jena.de.havarie die betroffenen Bürgerinnen und Bürger über das Geschehen. Zudem wird ab 19.30 Uhr eine zentrale Bürgerhotline geschaltet. Die Nummer lautet 03641 49 5599. Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, bei Verwandten oder Freunden unterzukommen. Für diesen Fall werden die Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen ausgesetzt. Betroffene aus dem Gebiet, die nicht in ihrer Wohnung bleiben können, begehen keine Ordnungswidrigkeit, wenn sie die Unterkunft wechseln. Die Regelungen zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und das Abstandhalten sollten beim Besuch der Verwandten oder Bekannten aber bitte eingehalten werden. Sollten Bürgerinnen und Bürger nicht privat unterkommen, hat die Stadt Jena in Kooperation mit städtischen Hotels Kontingente reserviert. Zudem werden aktuell Schulen für eine nächtliche Notunterkunft vorbereitet. Bürgerinnen und Bürger mit Bedarf für eine Notunterkunft melden diesen bitte über die Hotline an und werden dann zentral an die bestehenden Unterkünfte verteilt. Bitte begeben Sie sich nicht selbstständig zu den Notunterkünften. Um eine koordinierte Verteilung garantieren zu können, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie an der Hotline Ihren Bedarf anmelden. Personen, die aktuell wegen Covid-19 unter Quarantäne stehen, geben dies auch bitte unbedingt den Mitarbeitern an der Hotline an. Aufgrund des zu erwartenden Anrufaufkommens ist leider mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Haben Sie bitte Geduld und versuchen Sie es immer wieder. Die Stadt versucht so schnell wie möglich, alle Anfragen zu bearbeiten. Die Stadt versucht außerdem, mobile Heizgeräte bereitzustellen, sodass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger in ihren Wohnungen bleiben können. Auch eine selbstorganisierte nachbarschaftliche Unterstützung mit mobilen Heizgeräten kann in dieser Situation helfen. Sollten Sie Personen kennen, die keine Möglichkeit haben, sich selbst über das aktuelle Geschehen zu informieren, nehmen Sie Kontakt auf. In dieser Situation sind Solidarität und gemeinschaftliche Hilfe wichtiger denn je. Sie sind Solidarität und Solidarität.